Wenn man häufig in die Ferne reist, vergisst man gelegentlich, dass es in der Nähe von zu Hause eigentlich auch ganz schön ist, auch wenn es beim ersten Blick nicht immer so aussieht. Das Schloss Borbeck in Essen-Borbeck ist für den Auswärtigen, der sich vielleicht an das Zentrum von Borbeck orientiert, nicht ganz so einfach zu finden, weil sich viele, auch kleine Straßen drumherum befinden. Also Google Maps. Trotzdem ist es eine schöne Abwechslung durch den Schlosspark und wenn möglich durch die angrenzende Kleingartenanlage zu spazieren. Auch die Gebäude der Anlage sind überhaupt nicht hässlich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020